so los jetzt hier sein einzelner zwerg das fliegende ding ins küchen da habe ich aber ich würde sagen wir räumen erstmal alles aus dem weg was hier nervt dazu er wäre weg natürlich überlebt er das mal wieder so Sieben macht den. So, jetzt ist wieder Meister Lampe dran, ne? Dann hauen wir mal Analyse auf. Ist natürlich dumm, so. Gucken wir uns da mal an, was er kann. Schwebeauge. Beseitigt alle anderen Gegner. Einmal pro Kampf. Der muss also als letztes gemacht werden. Ja, dann versuche ich es mal wieder. So viel zum Thema. Das war schon arg. Das war noch Twitter. sehr gut da freue ich mich oh, ein M ist das dann könnte ich ja äh dann könnte ich das Mädel ja doch jetzt auch als groß nehmen ähm, Kampfstamm dann aktivieren wir doch mal den, das, das und hauen hier das Schwebeauge mit rein hm, Es ist jetzt aktiviert oder nicht so? Äh, zack, das, dann das mit Kreis, äh, zuck, zuck, so. So, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müsste das jetzt so sein, dass ich jetzt gerade beide großen aktiviert habe, ne? Jep, perfekt läuft. Guuuut. Bei den Zwerg-Oleum habe ich trotzdem nicht. Ach, jetzt sitzt er da wieder drauf. Oh. 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 Das ist ein Wettbewerb. quatsch das waren die kisten doch hier hoch oh Das war's. Guck mal, jetzt hat die aber nicht mehr so viel Life. Also nicht mehr. Ich glaub, das müsste passen. Yeah! Okay, die muss also ungewofen gewissen Punkt gebracht werden. Jetzt habe ich's. Yippie, ich hab ihn. Ich freu mich wie ein Schnitzel. Das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 naja gut die anderen skills sind einfach alle noch viel zu teuer das wird irgendwie nix und was wir hier mitmachen sollen ist mir ehrlich gesagt machen für die ist rätsel na gut laufen jetzt einfach mal richtung von mir ja natürlich möchte ich nicht ab zur stadt cornelia ja okay denn let's check in with princess sarah it's the bahamushin army what you're here already ja ja das ist ja auch nicht schlecht schmeißte mal drei ketten bekommen ein paar gute Er hat einfach nicht die Mannheit. Wenn Sie uns nur ein paar Zeit kaufen können, dann machen wir das Rest. Huh? Ich und Rainer werden auf ihren Bossen und ihn rausnehmen! Was? Ist es wirklich so einfach? Na gut, er kann nicht genau sehen, aber Lunn ist ziemlich gut in einer Kampf. Die Sache ist, er hat sich gekauft, um zu sein, wie ein Pipsqueak zu sein. Bitte, als ob du immer noch größer als ich. Oh, well, ich könnte mich auf die Pipsqueak zu sein, aber er hat definitiv getroffen. Ich denke, dass vielleicht die anderen Kinder ein bisschen schiefen von unseren Armen. Still, wir waren immer sehr stolz, dass wir so sind, weil wir so sind, dass wir so sind, wie unsere Mutter, richtig? Ich glaube. Also, wir sprechen noch mehr über Lunn, die sich getroffen hat. Oh, Lunn. Boy, sie macht ihn schreien. Aber, nachdem ich ihn in Formelung war, er hat niemals wieder verloren verloren. Wunderschön. Aber das ist nicht, weil er in eine Art von Bully-Destrohung-Machin. Er hat einfach niemals ever gewählt, dass er nicht gewinnen konnte. Wirklich? Er hat seine Anwendung von Anwendungen in Anwendungen waren sehr schrecklich. Er hat immer immer die Wahrheit gewonnen. Ha, nimm es natürliche Brust. Hey, schau mal. Solan, wie geht's das? Wir können diese Leute schrauben? Piece of cake! Well, nicht piece of cake, sondern eher eine sehr große Schlange von cake. Well, da hast du es. So, bist du bereit, uns zu glauben? Sehr gut, dann. Wir müssen, dass es nur ein paar Zeit ist, bevor die Föderation komplett übernimmt, Cornelia. Wir werden kämpfen und legen unsere Hoffnung in die Mirage-Keeper. Hm. Was eine weirste Sache, zu erinnern. Ich weiß, jemanden hat Lahn, aber warum kann ich nicht erinnern, wer? immer gehänselt. Na, guck mal an. So. Jetzt sind wir ja in der Stadt. Mal gucken, ob jetzt hier noch der Meister da unten steht, für den wir diesen Erdhammer besorgen sollten. Bist du das vielleicht? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, die Stadt zu evakuen. Wir haben auch versucht, die Prinzessin zu nehmen, zu tun, aber... ... ... ... ...